Hallo Freunde der Spielkultur und ja, man will es kaum glauben, aber die zwei Wochen sind rum und das Gewinnspiel ist vorbei mit einem Tag Verzögerung. Es tut mir leid, ich habe gearbeitet gestern so lange, ich glaube ich war um halb elf zu Hause und da hatte ich keinen Bock mehr. Ich habe noch ein bisschen mit Enmeta V Trust Max abgeschossen, weil ich bis zwölf Uhr noch wach bleiben musste, um nochmal eine Stunde zu arbeiten auf meinem Arbeitsrechner. Und deshalb jetzt das Gewinnspiel. Ja, wie sollen wir das Ganze abspielen lassen? Ähm, ich habe mir überlegt, erstmal habe ich geguckt, wer denn alles überhaupt mit dem Account, mit dem er sich angemeldet hat beim Gewinnspiel, berechtigt ist mitzumachen. Jetzt haben wir hier 80 Milliarden Zettelchen. Kuckuck. Ähm, Kuckuck. Und diese werden wir falten gemeinsam und dann kommen die in diesen Hut rein, in dieses Mützchen, was ich nie trage. Es ist ja heute Mode, den immer zu tragen, so dass man, als wenn man ein Egghead wäre, wer es noch kennt aus den 90ern. Äh, damit der halt ganz viel Luft hat und, ähm, aber ich trage eh keine Mütze, das ist bestimmt nicht den Haarausfall. Es sah sich auch so aus, ähm, naja. Okay, jetzt machen wir es nämlich so, als wenn man hier so einen Handmodel-Making-off macht. Gehen wir erstmal runter. Man sieht die Zettelchen. Das Gute ist, man sieht das T-Shirt. So, und dann falten wir den ersten. Den ersten. Hahaha. Den zweiten. Soll ich die Namen dazu sagen oder kann man die lesen? Man kann die gar nicht lesen, ne? Das ist der Deklarant 81. Der hat jetzt bei National Selection 2. Da ist eigentlich eine coole Idee, ich sag zu jedem, den ich falte, was mir zu ihm einfällt. Ähm, Deklarant 2. Als erstes war, wo ich immer denke, das ist Toastbrot. Sondern ist der, äh, ist Toast, Toastbrot, nicht Toast, in dem Sinne, sondern Toast. Jet Li's, Jet Li SC2. Äh, ich denke mal spielt StarCraft 2. Oh, ich hatte früher vielleicht doch, naja, Handmodel ist vielleicht übertrieben. Smarty Affe. Ja, der hatte, glaube ich, ein ganz nettes Kommentar geschrieben, hatte ich gerade noch gelesen. Aber sonst hatte ich noch nicht das Vergnügen mit ihm bei Let's Plays. Troika 88, dasselbe. Ob man das Rauschen auch nachher so sieht. Ob ihr mal eine Falltechnik bewerten werdet nachher. Bigfoot1103, mein guter Radiomoderatorfreund. Ehemaliger Radiomoderatorfreund. Aber einer meiner fast ersten Abonnenten, mit denen ich Privatkontakt gepflegt habe. XCOM, Let's Play. Trick 17. Joa. Trick 17. Neon Ra, wirst du jetzt auch nicht hundertprozentig vom Kopf her. 522 Anime-Fan hat mich recht nah an dem Gewinnspiel abonniert. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so einer, der einen nur abonniert hat wegen dem Gewinnspiel. Weil der hatte nämlich vorher einen Kommentar geschrieben bei einem anderen Video. Ich glaube, zwei Tage vor dem Gewinnspiel hat er mich nämlich da abonniert. Minecraft 1, 9, 8, 3, 2, 4. Joa, ist Minecraft. Wie ich bei den Nicknamen total durcheinander komme, weil manche heißen anders bei YouTube. Tiny Atax. Was vibriert denn hier so? Star Wars läuft im Fernsehen gerade. Episode 1. Ananasblut. Eigentlich, ich vergesse immer wieder, ich habe es in Steam an deinen Namen mit dran geschrieben, dass du Ananasblut bist. Aber ich vergesse immer den richtigen Namen. Aus Steam. Tut mir leid, aber sonst kennen wir es ja. Dr. Damazing. Bei National Selection 2 Let's Play jetzt auch aufgetaucht. Und hatte, glaube ich, geschrieben in den Kommentaren, dass ich ein sehr angenehmer Let's Player bin. Da ich meine Sache echt gut mache für die Abonnentenzahl. Wenn er das sagt, dann ist das so. Oh, falsche Seite. Man beachte, die Lidl-Flasche. Wer witzig findet, wenn ich jetzt umkippen würde, oder? Dann würde ich denken, oh, Dr. Proof, er kann Magie. Desert Eagle Claw. Der Gute. Ist echt ein guter Mann. Musste ich aber mal ein anderes Mikro kaufen. Obwohl, das ist noch okay. Es gibt Leute, die haben schlimmere Mikros. Das ist später wahrscheinlich verwirrend. Man sieht meine Stimme gar nicht. Man sieht mein Gesicht gar nicht, aber ich rede natürlich die ganze Zeit. Mach nur die Gestik und Mimik, die man normalerweise von mir nie sieht. Ich glaube, ich bin ein Dolphin. Naja. Max Mustermann, auch schon einer meiner älteren Abonnenten. In dem Sinne, älter, weiß ich nicht. Bei drei, ich glaube, es sind jetzt drei, vier. Vier Monate. Ne, am 18.02. sind es vier Monate. Könnt ihr euch schon mal merken. Ich glaube, am 18.04. habe ich halbes Jahres bestehen als LPler. MrMetalLP, der mich gestern in meiner Frustration und Wut aushalten musste im Teamspeak. Danke dafür. Zockt man immer wieder gern mal ein bisschen was. Alexander666W, auch Playtogether. Auch guter Typ. Auf jeden Fall sehr sympathisch. Macht echt Spaß, mit dem auch mitzuzocken. Freakshow kommentiert sehr gerne meine, ähm, World in Conflict Let's Plays zur Zeit. Auch sehr kompetent. MescalinoX hat gesagt, mach immer weiter so. Aber ich wusste gar nicht, dass der existiert. Aber jetzt ist er halt bei dem Gewinnspiel mit dabei. Fuhhang89, jetzt erst kennengelernt, bei dem Natural Selection 2 Let's Playtogether. Ähm, aber macht einen super netten Eindruck. Hat auch, äh, Spaß gemacht. Also Natural Selection 2 Playtogether war echt super diesmal. Dann die Gasse. Hat ja immer Half-Life... Na, sieht man's? Die Gasse. Hat ja immer Half-Life 2 mitgemacht. Äh, beziehungsweise kommentiert, nicht mitgemacht. Und als last but not least Mr. Neukön, der aber eigentlich Black Templar ist. Hier hab ich sogar mit drauf geschrieben, damit ich ihn zuordnen kann vernünftig. Weil ich hab mir das grad eben erst so einfallen lassen, dazu überhaupt was zu sagen zu jedem Abonnent. Und, ähm, der Blackie ist dann echt super Mac-Warrior-Online-Spieler. Müsste man auch mal wieder spielen in der größeren Gruppe. Aber gestern hab ich ihn, glaub ich, auch online gesehen. Aber ich hatte echt keinen Bock. Und in Metal V Trust hat's wirklich nur ganz radikal gemacht, indem er einfach bei mir, ähm... Bei mir, wie heißt... Einfach auf den TS gekommen ist. Und ich war zufällig in einem Channel. Und da meinte ich, du willst mitspielen? Ja. Na gut, dann spiel halt mit. Da haben wir halt zusammengespielt. Ganz radikal. So, jetzt versuch ich das alles mal zu mischen. Ich kipp mal aus. Mann, guck mal. Ey, Leute. Guck mal, wie viele das schon sind. Nächstes Mal muss ich mir was anderes einfallen lassen. So viel Arbeit für so ein kleines Gewinnspiel. Und es dauert sogar fast so lange wie ein ganzes Let's Play von mir. So. Was machen wir denn jetzt? Ja, wir ziehen einfach, oder? Wir sagen mal, ähm... Wie gesagt, dass alle... Der als erst gezogen wird. Doys-Ex. Dann gehen wir mal hier so ein bisschen durch. Nimm ich mal den Zettel. Gucken wir mal rein. Und da kann sich jemand freuen. Nämlich Freakshow. 1, 2, 3, 8. Gratulation, du gewinnst Doys-Ex. Ich hoffe, du freust dich darüber. Es war zwar jetzt auch im Steam-Angebot am Wochenende. Aber ich hatte es ja schon vorher gekauft dafür. Zweiter war Civilization 5. Haben wir hier den Zettel. So. Und. Ziv 5. An die Gasse. Mein Freund. Ich hoffe, da freust du dich auch. Jetzt muss ich das mal eben bei dem Zettel draufschreiben. Sonst vergesse ich das nachher. Obwohl, ich kann es ja nachlesen. Aber ich mache es lieber nochmal hier so. Doys-Ex. Beinung auf Isaac ist ja der letzte Preis. Der dritte. Nehmen wir mal. Obwohl. Wir wühlen nochmal. Ich habe jetzt zu schnell gegriffen, glaube ich. So. Na, hier sind mehrere aneinander. Na, raus. Komm. Nehmen wir den. Desert Eagle Claw. Ja, Desert Eagle Claw. Kriegst Binding of Isaac. Das waren die drei Preise. Binding of Isaac. So. Oh, warum wird es denn jetzt so unscharf? Ah, geht wieder. Ja, wie ihr gesehen habt. So habe ich es verlost. Alles mit rechten Dingen. Ich kann es jetzt eigentlich wieder hoch machen. Alles lief mit rechten Dingen. Ist ja immer so eine Schwierigkeit, das transparent für den Abonnent zu machen. Ich denke mal, durch meine Schribelei-Arbeit hat man es gut gesehen. Und, äh, ja, Gratulation an die drei. Desert Eagle Claw. Du kriegst halt Binding of Isaacs, wie es halt hier steht. Pew. Freakshow kriegt DoysX als Gewinner. Und die Gaste kriegt C5. Wenn jemand von euch noch einen Dota-Key braucht. Und unter diesem, unter dem letzten Video stand. Kann er mir einfach schreiben. Ich habe noch Dota-Keyes, verschenkt die. Und andere Abonnenten von mir wollen die auch loswerden. Und, äh, dann könnten wir bestimmt eine super Interessengemeinschaft wieder weiter sein. Und diese Keys verteilen. Ähm, ja, das war es dann von mir. Ich hoffe, dass, äh, ja, dass es so weitergeht. Und, äh, ja. Nächste große Sache wird, äh, wie gesagt, Alien, Colonel Marines sein. Nächsten Monat. Und dann gucken wir mal, wie sich alles so entwickelt. Kann man ja sagen. Ja, Freunde der Spielkultur, das war es schon mal. Bei uns sehe ich auch schon voll fertig aus. Ich muss jetzt zum Blamer. Mal so ein bisschen Feedback-Info. Also ich muss jetzt heute den Blamer noch proofen, wer sich erinnern kann. Proof the Blamer. Und, äh, da werde ich ihn dann hoffentlich diesmal fertig machen. Aber wir spielen ja was sehr Klassisches auf dem C64. Kann man sich schon mal freuen. Also Leute, wir sehen uns, hören uns und sprechen uns teilweise auch. Bis dann.